Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und dem zweiten Teil der Vorstellung der Minifiguren zur EM 2016 mit unseren potenziellen EM-Helden. Gestern hatte ich ja schon ein wenig das Display gezeigt und erste Minifiguren, heute gibt sie alle. 2,99 kosten sie einzeln, 16 davon gibt es und jetzt im Mai sind sie wie gesagt erschienen. In so gut wie allen Tütchen, bis auf eine, befinden sich übrigens diese Bälle drin. Die kann man nirgendwo irgendwie Legomäßig festtackern, die rollen einem gerne mal vom Tisch, aber es sind Bälle dabei. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann doch mal wieder ein Fußballset und ganz vorne an ist er hier natürlich Joachim Löw mit offenem Hemd und ich sage ja, nicht alle haben Ball dabei, der hat hier diese Platte, wo dann immerhin schon mal zu sehen ist, wie vielleicht die Taktik bei der EM aussehen könnte. Ja, schön wie er so das Hemd offen hat. Wir sehen auch rechts mal im Vergleich zu seinem echten Konterfight, die Haare sitzen bei beiden natürlich klasse, so soll es auch sein und er lächelt ein bisschen. Was allerdings diese Striche links und rechts vom Mund sein sollen, das sieht eher wie schlecht gebaschen aus. Bei Herrn Hummels haben wir das nicht. Der sieht so aus, hat auch eher so Strubbelhaare, wie wir erkennen, die es auch schwierig machen, ihn da aus den entsprechenden Tütchen raus zu fischen. Ja, ganz guter Tint, also gut gebräunt ist er und ist ja inzwischen dann auch Bayern-Spieler, aber das erkennt man hier an ihm noch nicht. Er lächelt, schlecht rasiert ist er auch noch, aber das ist cool und übrigens bei allen Minifiguren, das kann ich schon mal verraten, keinerlei Tattoos, da ist die Welt noch in Ordnung. Der einzige mit weißen Handschuhen und weißer Hose ist übrigens Manuel Neuer. Den erkennen wir hier. Man achte auch schön auf dem Hemd, wie auch auf der Hose, die vier Sterne für vier Weltmeisterschaften, die bisher geschafft wurden. Er hat auch gut gekämpftes, braunes, köterbraunes Haare mit einem leichten Scheitelansatz und ja, hinten steht die Eins. Wobei natürlich nachher die Null stehen muss, aber das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir uns den nächsten an. Er hier, das ist Boateng mit natürlich der etwas dunkleren Hautfarbe. Hinten die 17 und das ist das Schöne an seinen Haaren, die hat nur er. So glatte Haare, wenn man die nämlich in den Tütchen sucht, die findet man etwas einfacher, weil dann nirgends so richtig was strubbelt. Das ist bei den anderen deutlich schwieriger. Ansonsten, er lächelt, man erkennt, es gibt Ähnlichkeiten, wobei er heute glaube ich etwas weniger Haare an den Seiten trägt. Apropos Strubbelhaare, da hätten wir jetzt nämlich hier Höwedes mit, ja, wirklich strubbeligen Haaren. Die werden wir übrigens in anderen Farben noch bei anderen Figuren gleich auch sehen. Auch hier die schlechte Rasur bzw. der Drei-Tage-Bart gut zu erkennen und um die Augen rum so leichte Lache falten. Das finde ich richtig süß geworden. Dann hier Mustafi, der hat wirklich einen ehrlichen Bart, zumindest in der Figur und auch in echt. Je nachdem, welche Fotos man raussucht, ist da wirklich einiges an Haare. Auch da unten dieses Kinnbärtchen findet man dann wirklich und schön rot-braun. Das, ja, so kennen wir ihn doch und so werden wir ihn hoffentlich auch dann bei der EM entsprechend wiedersehen. Wen wir da auch vielleicht ja und hoffentlich wiedersehen und das hoffentlich dann auch gesund unseren Spielführer, nämlich Herrn Schweinsteiger. Das sehen wir hier am Arm, hat er nämlich auch die entsprechende Binde, die er beim letzten Mal bei der WM noch her lahmgetragen hat. Der ist jetzt nicht dabei. Schade. Ich wäre mal gespannt gewesen, ob man sich da getraut hätte, Hobbit-Beine dann daran zu setzen. Ja, aber so ist er. Der Schweinsteiger auch wieder mit diesen leicht blonden Haaren, die wir auch schon öfter jetzt in dieser Form gesehen haben und auch hier versucht durchaus, dieses Konterfei im Gesicht dann auch darzustellen. Das gilt natürlich auch hier für Özil. Wieder mit etwas dunklerer Hautfarbe, wieder mit so einem Oberlippenbärtchen und mit der Acht hinten drauf. Dunkle Haare, das passt auch. Bisschen strubbelig. Das darf in diesem Fall auch tatsächlich so sein. Übrigens, jedes dieser Plättchen, das dabei ist, hat auch die vier Sterne für vier gewonnene Weltmeisterschaften. Ach, war das schön vorletztes Jahr. Jetzt wieder drei Tagebärtchen hier präsentiert bei Schürrle mit wieder blonden Haaren. Sehen wir auch rechts im Originalbild. Tatsächlich, der hat das und so einen Kotelettenansatz. Aber diese Haarart haben leider ganz viele mit diesem Rundung da unten. Das zu ertasten ist jetzt gar nicht das, mit dem man das also jetzt hier rauskriegen würde. Ja, da sehen wir aber wieder dieses Drei-Tage-Bärtchen und auch er hat so leichte Lachfalten um die Augen rum. Ach, schön. Die hat er hier nicht. Das ist nämlich Kedira. Aber dafür hat er dieses, ja, dünne Bärtchen um den Mund rum, den man auch hier und da mal schon gesehen hat. In dem Foto rechts sieht man es jetzt nicht so, aber man sieht schon, dass er auch gerne mal Haare im Gesicht trägt und glattere Haare hat so gegelt. Das ist auch im Original so und das haben wir hier auch. Und da kann man versuchen natürlich beim Ertasten das wieder rauszubekommen. Am einfachsten zu ertasten, was die Haare angeht. Man glaubt es nicht, wenn man es so sieht. Aber werden wir gleich sehen oben links, nämlich bei Kroos. Der hat hier noch so eine, ja, wie soll man sagen, so einen Zopf nicht, aber so einen Knoten im Haar. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo der herkommt, aber zum Ertasten ist ein Träumchen. Also wenn man da merkt, oh, da ist so ein Knubbel an den Haaren, dann haben wir den Kroos in den Händen. Und ja, also man sieht schon, hat gewisse Ähnlichkeiten auch. Das gilt auch hier wieder für Müller. Der hat wieder die Höwe des Haare. Also mit Ertasten, da ist ein bisschen Glücksspiel dann dabei. Die 13 ist hinten drauf. Dieses leicht blond, braune ist schön getroffen bei der Haarfarbe. Natürlich lächelt und grinst er so breit, wie es nur geht. So kennt man Müller ja, eigentlich immer so als Spitzbube und immer gut grauf. Und eigentlich schlecht gelaunt habe ich den noch nie erlebt. Also deswegen auch hier dieser Charakterzug sozusagen von der Legofigur ganz gut wieder eingefangen. Und ja, so ein bisschen verschmitzter, eher lächelnd ist der Reus. Das sehen wir sogar auf dem Foto rechts. Der hat sogar eher noch so eine tolle vorne, habe ich immer so in Erinnerung. Diese Haare hier sind mir fast einen Tick zu glatt. Also oder so eine Stachelfrisur hat er manchmal auch schon gehabt. Aber zumindest von der Farbe, ja so rot-braun, hm. Also da finde ich, da wird schon etwas schwieriger, den wirklich dann daraus zu erkennen. Das finde ich hier bei ihm schon einfacher, nämlich Kramer. Da sind die Haare auch gut getroffen und auch wieder das Drei-Tage-Bärtchen. Das haben die irgendwie, glaube ich, alle. Die wollen einfach alle cool sein, glaube ich. Und dieses Lächeln, ach, das hat er sich, glaube ich, von dem Müller abgeguckt. Beziehungsweise ist, glaube ich, eher so ein Tim-Thaler-Gedächtnislächeln. Aber Herrgott, steht ihm, ne? Fröhlich sein, das darf man auch als ein Herr Kramer. Kommen wir als vorletztes dann noch zu Mario Götze. Den haben wir hier. Ja, also da finde ich es auch etwas schwieriger, den zu erkennen. Also die Haare waren, glaube ich, doch tatsächlich immer schon ein bisschen blonder als dieses Rote, was er da jetzt hat. Und ja, also dieses leicht kindliche oder jügendliche, das hat er im Gesicht durchaus angedeutet mit diesem Pubertäts-Bärtschen ums Mäulchen herum. Ja, gut. Dann doch schon eher hier wieder. Auch da wird übrigens wieder Tim-Thaler-mäßig gegrinst. Das ist Herr Kruse. Und ja, also Haarfarbe passt, Lächeln passt auch, wenn wir mal vergleichen, so Augen rumherum alles und auch wieder dieses so Drei-Tage-Bärtchen. Das geht. Und wie wir hier mal sehen, bei dem wollte ich es einmal zeigen, man kann ihn auch von der Platte lösen. Das gilt natürlich für alle. Und dann kann man sie auch einfach so mal irgendwo hinstellen. Jedes Tütchen hat übrigens auch noch eine kleine Beilage. Hier nehme ich zum Abhaken mehr oder weniger die Liste aller Figürchen nochmal, die man sammeln kann. Und hinten, das finde ich immerhin ganz nett. Da ist dann auch ein Link verzeichnet, wo man eine kleine Anleitung findet, wo man mit Standard-Lego-Steinen sich so ein Tor basteln kann. Oder so eine Art Tormaschine auch. Das fand ich ganz nett. Ist aber allerdings auch schade. Es gab ja vor einigen Jahren einmal auch so echte Fußball-Sets mit entsprechend, auch einem entsprechenden Fußballstadion. Das gibt es leider nicht mehr. Aber gut, in zwei Jahren ist ja wieder WM. Da kann man sich ja dann vielleicht daran wieder erinnern. So, das war's. Ich finde die Minifiguren klasse. Nicht alle passen jetzt hundertprozentig, aber man kann sie es zumindest denken. Und es ist auf jeden Fall schon mal cooler, als ich es damals, als es angekündigt wurde, befürchtet hatte. So gesehen, also richtig klasse Sache. Von meiner Seite gibt es auf jeden Fall neun Punkte. Doch das Ertasten, das wird natürlich eine Herausforderung. Deswegen gibt es gleich noch einen dritten Teil meines Berichts über diese Minifiguren, wo ich Tipps gebe, wie das geht. Und wo auch die Bumpcodes drin sind, mit denen man es schafft, nur durch Gucken auf die Tütchen rauszubekommen, was vielleicht da drin ist. Spannende Geschichte. Wie gesagt, unbedingt dann reingucken. Und da gibt es dann auch endlich das versprochene Gewinnspiel. Zwei Minifiguren werde ich jetzt verlosen in dieser Woche. Wenn das nix ist, übrigens bei Brickmerge, brickmerge.de geschrieben, dann gibt es sogar drei komplette Sets an Minifiguren gerade zu gewinnen. Das einfach mal so als Kolikali freundschaftlicher Dienst an die Kollegen dort und an meine Hörer. Aber zwei Minifiguren in der nächsten Folge, noch heute. Also deswegen unbedingt auch hierbleiben. Bis dahin und tschüss.